Es ist 11 Uhr morgens. Die Ränge im Stadttheater in Fürth füllen sich an diesem Mittwoch stetig. Das Haus ist bis auf den letzten Platz besetzt. Ungewöhnlich für die Tageszeit. Ungewöhnlich auch das Alter der Zuschauer. Man blickt in gespannte Gesichter. Darunter viele Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen aus Fürther Hauptschulen. Sie besuchen heute ein Kindertheaterstück kostenlos. Die Einladung zur Aufführung ist Bestandteil des sogenannten Hauptschulprojekts am Stadttheater Fürth. Das Konzept geht auf. Seit Jahren nutzen ausnahmslos alle Fürther Hauptschulen dieses Angebot, das noch mehr beinhaltet. Theaterpädagoge Johannes Beißel besucht die Hauptschule in der Kiderlinstraße in Fürth. Vor der Aufführung kommt er in die Klassen. Vorstellungsbegleitende Workshops an den Schulen sollen das theatrale Verständnis der Kinder und Jugendlichen stärken. Spielerisch werden die Mädchen und Buben auf das Stück, das sie später erwartet, vorbereitet. Zusammen mit der Klassenleiterin werden auch Konflikte, um die es in der jeweiligen Inszenierung geht, angesprochen und bearbeitet. Besonderen Wert legt der Theaterpädagoge Johannes Beißel auf Kommunikation und Interaktion. Beißel will keinen Vortrag halten, die Schüler spielen selbst. Sie beschäftigen sich mit Bewegungen zur Musik des Stückes, improvisieren Themen, die in der Inszenierung behandelt werden und sollen so neugierig gemacht werden, wie diese umgesetzt werden können. Die Reaktionen der Schüler sind zunächst unterschiedlich. Viele werden schließlich zum ersten Mal mit dem Thema Theater konfrontiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Finanziert wird das Projekt maßgeblich durch einen Sponsor. Das Unternehmen Semikron ist Pate des Hauptschulprojekts und hat gute Gründe für ein Engagement. Das Unternehmen Semikron ist Pate des Hauptschulprojekts. Das Unternehmen Semikron ist Pate des Hauptschulprojekts. Die Schüler sind jedenfalls begeistert. Für viele war der Besuch im Theater tatsächlich eine ganz neue Erfahrung. Das Projekt wird mit Hilfe von Semikron weitergehen. Perspektivisch existiert vielfach der Wunsch, das Hauptschulprojekt auch für höhere Klassen anzubieten. Die Resonanz würde dies sicherlich rechtfertigen. Das Projekt wird mit Hilfe von der Wunsch, das Hauptschulprojekt auch für höhere Klassen anbieten. Das Projekt wird mit Hilfe von der Wunsch, das Hauptschulprojekt auch für höhere Klassen anbieten. Die UN-Kinderrechtskonvention von 1990 besagt, Kinder haben ein Recht auf Kultur und kulturelle Bildung. In Fürth hat man sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung aktiv angenommen. Das Hauptschulprojekt gibt der Kinderrechtskonvention ein Gesicht. Das Projekt wird mit Hilfe von der Wunsch, das Hauptschulprojekt auch für höhere Klassen anbieten. Das Projekt wird mit Hilfe von der Wunsch, das Hauptschulprojekt auch für höhere Klassen anbieten.